OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, hat ihre erste Entwicklerkonferenz abgehalten und dabei viele spannende Ankündigungen getätigt, was jetzt mit ChatGPT alles so passieren wird. Ich schaue mir eine Kurzzusammenfassung von Two-Minute-Papers von dieser Konferenz an, reagiere darauf und überlege mit euch zusammen mal, was das alles auch für Auswirkungen auf die Tech-Branche und den Karrierefaden in der Tech-Branche haben wird. Viel Spaß bei diesem Video. This is a version of their amazing AI that can now do 3 things better. And there is so much more. My goodness. First, context length has become longer. From 8 to 32k to 128,000. 4x. Okay, but what does this mean? Well, this means that we can even cram a 300-page textbook in there and then talk to the book. Or add internal company rules, legal information, mathematics, video game ideas, anything you wish. Up to about 300 pages. Now it will be able to handle all these. So good. Two, it now follows. Das erste freut mich natürlich erstmal sehr, dass deutlich mehr Kontext gegeben werden kann. Denn ein Anwendungsfall, der mir bisher immer gefehlt hat bei ChatGPT, war, dass ich meine Podcasts einfach bei ChatGPT transkribiert reinpacken kann und mir dann quasi ein Inhaltsverzeichnis ausgeben kann, um diese Timestamps bei YouTube zu erstellen. Das ist mega, mega cool. Ging davor wirklich nicht mit ChatGPT und leider auch nicht mit anderen KIs, weil andere KIs ja meist auch nur an die API von ChatGPT angeschlossen wurden. Und deswegen, das ist schon mal ein sehr, sehr cooler Change auch einfach für mein Arbeitsleben. Und ich kann mir da auch wirklich viele, viele Anwendungsfälle vorstellen, wie sie hier eben auch schon benannt wurden. Instructions, better, and three, we don't have to rely on random answers that change every time we ask the same thing as they just announced seed parameters for consistent outputs. And plus one, knowledge cutoff has been updated from September 2021 to April 2023, so it knows about more recent things, plus a promise that it will never be so much out of date again. And all these changes are now part of ChatGPT. It is now using GPT-4 Turbo. Okay, da waren ein paar spannende Dinge bei. Ich gucke nochmal, was das hier war. Context Length, beziehungsweise Context Länge, habe ich ja gerade schon kurz was zu gesagt. Keine Randomness mehr aufgrund von Seeds, also dass man wirklich bei einem gleichen Input, einem gleichen Output oder eine gleiche Antwort erhält. Klingt jetzt erstmal ein bisschen eigenartig, aber ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass man wirklich ein GPT entwickelt oder eine KI auf Basis von ChatGPT entwickelt, die konsistent oder konsistent gute Outputs geben soll, die man zum Beispiel in seine eigene Anwendung mit einbringt. Weil dann kann man wirklich häufig testen, bei welchem Seed kommen bessere Antworten oder die einem besser gefallen und kann die dann eben seeden in seiner Applikation und dadurch eben auch bessere Ergebnisse zu erzeugen, was ich persönlich sehr cool finde und mir auch sehr nützlich vorstellen kann. Yummy! And it gets better! Dear Fellow Scholars, this is Two Minute Papers with Dr. Károly Zsolnai-Fehér. GPT now speaks in a more natural manner. When voice input came in, for me, it was an immediate game changer. It is powered by Whisper. We saw in an earlier episode that it can easily take a full, several hour long podcast and transcribe it nearly instantly with minimal errors, close to as good as a human pro. And now, Whisper is also... Wie ich gerade gesagt habe, da freue ich mich auch schon drauf in meinem Podcast, weil das war wirklich immer mehr Arbeit, als man denkt, diese Timestamps zu erstellen. Für mich war das locker immer, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt so 15 bis 20 Minuten und das jetzt mit ChatGPT vielleicht in zwei, drei Minuten regeln zu können, ist auf jeden Fall eine große Menge an Arbeit, die man sparen kann. Und ich glaube, das kann man an sehr vielen weiteren Stellen auch noch nutzbar machen. On Version 3 and it got even better. Wow! And check this out! This is actually insane! It is now way better and at the same time it got cheaper. In fact, 2-3x cheaper than the regular GPT-4. That is insane! Why is that? Well, we just noted in a previous episode that it can give you great usability tips for... Dass es günstiger geworden ist, ist sehr, sehr cool und ich glaube auch, dass der Preis für GPT-4-Ausgaben vor allem die Senkung der Preise sehr viel ermöglichen wird. Es geht jetzt nicht mal darum, dass man statt 20 Euro nur 10 Euro bezahlt oder so. Das ist natürlich schön, aber was wirklich ein Riesen-Cap ist auch für viele Startups und Unternehmen, die zum Beispiel auf GPT aufbauen, um profitabel zu werden, ist natürlich Preis pro Token oder Preis pro Ausgabe. Weil stell dir mal vor, du hast einen Kunden, bietest dem eine gewisse Leistung an, für die auch eben die API von GPT oder sowas genutzt wird und er bezahlt dir 100 Euro im Monat und das Ganze kostet dich 200 Euro im Monat, um dieses Produkt auszuliefern. Dann machst du mit einem Kunden 100 Euro Verlust, was in der Startup-Welt häufig sogar normal ist, wenn man wirklich bedenkt, dass solche Startups gefundet sind und die am Anfang erstmal viele Kunden reinbekommen wollen. Jetzt, wo, sage ich mal, die Technik hinter AIs, die Computing-Power besser auf AIs spezialisiert wird, ist es natürlich interessant, dass die Preise pro Output runtergehen und das auch direkt an den Benutzer, sage ich mal, weitergereicht wird. Und so können solche Startups dann natürlich deutlich einfacher profitabel werden. Und wenn sie dann wirklich zum Beispiel nachher statt 200 Euro 100 oder sogar noch 50 Euro ausgeben und von einem Kunden 100 bekommen, ist, denke ich, klar, dass sie dann auf einmal profitabel werden. Was ein riesen Game-Changer ist, weil es eben sehr viele Cases oder sehr viele Anwendungsfälle aktuell gibt, die noch nicht gut monetarisierbar sind, weil einfach die Computing-Power oder die Outputs von einem Sprachmodell wie GPT-4 zu teuer sind. Das merken wir selber bei uns, wenn es zum Beispiel darum geht, das automatische Feedback für Lebensläufe in unserer Plattform zu geben, dass das recht teuer ist pro Nutzer, vor allem, wenn man nicht mit jedem Nutzer unbedingt was verdient. Und da ist sowas natürlich für viele Startups, auch uns natürlich, ein riesen Game-Changer. Es ermöglicht wirklich global, gesamtwirtschaftlich so unglaublich viel. Als einfaches Beispiel kann man da vielleicht nochmal Solaranlagen ranziehen. Stellt euch einfach mal vor, Solaranlagen zu bauen, dadurch Strom zu produzieren, kostet pro Kilowattstunde 50 Cent. Dann kann man relativ einfach sagen, okay, Solaranlagen bauen lohnt sich nicht, weil eine Kilowattstunde am Ende deutlich mehr kostet als zum Beispiel durch Kohle, Strom, Gas, was auch immer. Wenn man aber dann Solaranlagen halb so teuer herstellen kann und auf einmal die Kosten von 50 Cent pro Kilowattstunde auf 25 Cent oder sogar 10 Cent senkt, auf einmal lohnen sich Solaranlagen und dadurch kann so ein ganzer Business-Zweig natürlich auch nochmal deutlich besser, ich sag mal, aus dem Boden sprießen. Weil ab da, wo sich Solaranlagen lohnen, holen sich deutlich mehr Leute Solaranlagen, es wird deutlich mehr Geld in diese Branche rein investiert und das gibt natürlich so einer Branche auch nochmal sehr, sehr viel Wachstumsmöglichkeiten, was der ganzen Branche auch wirklich sehr, sehr gut tun wird. 2-3 times cheaper, that is insane. Speed improvements are coming too, however, in the meantime, we already see that GPT-4 Turbo is incredibly quick, much quicker than any previous version. If this is supposed to be the slowest future version of it, wow, sign me up right now. And there is so much more coming. The annoying model picker is also gone. My early experiments seem to indicate that it will lean on its own knowledge base when it can and it only browses the internet for no information when necessary. Great improvement. And now it is time. Time for the other bombshell feature, which is not some new GPT, but GPTs. Dazu habe ich schon ein, zwei Shorts auf TikTok gesehen, wo gesagt wurde, dieses Feature wird sehr viele Startups aus dem Markt fegen. Das wird jetzt sehr, sehr interessant, weil ich habe dazu ein bisschen eine andere Meinung und ich glaube, das wird für OpenAI als Unternehmen und für die gesamte Branche der intelligenten Sprachmodelle auch nochmal ein Riesendurchbruch werden. Warum, erkläre ich aber gleich nochmal etwas genauer. Wir hören uns erstmal an, was GPTs genau sind, falls du es noch nicht weißt. Yes, that's right, GPTs. Now you can build your own chat GPT with your instructions and publish it yourself. This will lead to lesson planners for tens of millions of middle schooler users or full graphic designs from a single text prompt. Wow. And look, here is where your GPTs will live. And from here, you can invoke Zapier, a system that has access to 6000 applications and can control them. It can look at your calendar and summarize your day for you, find conflicts in your calendar and even reach out to your friend and tell them that you have some scholarly duties for today and can't go. So, how hard is it to build one of these? This requires a great deal of engineering and programming knowledge, right? Well, not at all. This is in the spirit of chat GPT and can be done by anyone through natural language. Yes, we just add the instructions for a startup helper bot, what it is for and what it should do. It gets a little identity like these video game characters from this previous paper. It also gave a name for itself and with the Dolly 3 system built in, it can also create a profile picture for itself. And then it will give us some intelligent questions on how it should behave. Just think about it. A year ago, it required a gigantic company to release such a chatbot and now anyone can do it. Kurz zusammengefasst, falls du es jetzt auf die Schnelle und im Englischen nicht so ganz verstanden hast, was Chat GPT getan hat, ist quasi einen eigenen App Store zu launchen, könnte man sagen, so wie den Apple App Store oder den Google Play Store und dort kannst du eigene sogenannte GPTs erstellen, also eigene von dir konfigurierte Versionen von Chat GPT, die auf gewisse Anwendungsfälle spezialisiert sind. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und uns die Startup-Landschaft anschauen, die so aus dem Boden gesprossen ist, seit, ich sag mal, Anfang 2023 oder Ende 2022, wo Chat GPT in der ersten Version öffentlich auf den Markt kam, gab es auf einmal riesig viele Startups, die sich an die API von Chat GPT drangehangen haben und quasi Interfaces für dich zum Beispiel oder andere User gebaut haben, um gewisse Zwecke zu erfüllen. Und jetzt hat diese ganze Funktionalität Chat GPT selbst und du kannst einfach bei denen durch natürliche Sprache solche Chat-Agenten, nennt man das vielleicht hier, selber bauen. Das heißt, du kannst für die verschiedensten Anwendungsfälle jetzt hier GPTs kreieren und in den App Store von Chat GPT reinstellen. Auf TikTok wurde an dieser Stelle jetzt gesagt, das wird all diese Startups aus dem Markt kicken und ich würde sagen, jein. Es wird wahrscheinlich sehr viele Startups in der Form aus dem Markt kicken, dass die, die jetzt Millionen an Euro in ihre eigene Plattform investiert haben, die wahrscheinlich sehr schnell pleite gehen werden, weil diese Plattformen jetzt auf einmal absolut lädt werden, weil das Ganze jetzt auf Chat GPT oder in diesen App Store von Chat GPT zentralisiert werden wird und du alles in Chat GPT selbst abbilden kannst. Aber, und das ist eben das, was man an dieser Stelle immer bedenken muss, wir leben immer noch in einer Welt, wo 95% der Menschen mit Technik nicht so gut umgehen können wie Leute wie du zum Beispiel, die sich dafür interessieren und sich auch mit dieser Thematik viel beschäftigen. Und du kannst, du oder andere Gründer, Mitarbeiter, wie auch immer, können jetzt Unternehmen, Kunden, wen auch immer helfen, eigene Anwendungen zu schreiben für bestimmte Anwendungsfälle und das eben nicht wie damals, du musstest ein eigenes User Interface kreieren, eine eigene Plattform, die API anbinden und so weiter und so fort, was riesig viel Arbeit und Kapitalaufwand benötigt hat, sondern du kannst ohne Coding-Kenntnisse, ohne Programmierkenntnisse einen Chat GPT durch natürliche Sprache quasi aufbereiten, dem eine Identität verpassen. Hier wurde ja sogar gesagt, du kannst im Ganzen sogar ein Profilbild verpassen und kannst aufgrund dessen quasi KI-Assistenten kreieren, die auf verschiedene Aspekte spezialisiert sind. Das kann zum Beispiel das Schreiben von Texten sein, vielleicht kannst du sogar GPTs, die für gewisse Programmiersprachen und die Entwicklung mit diesen Programmiersprachen spezialisiert sind und so weiter und so fort und kannst dadurch einen riesigen Mehrwert schaffen. Ich werde da gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das wirklich, glaube ich, aktuell noch massiv unterschätzt wird, was das wirklich für die ganze Branche heißt und was das vorhin auch für OpenAI heißt und warum das OpenAI ermöglichen kann, vielleicht sogar das nächste, ich sag mal Microsoft, Google oder, oder, oder zu werden. Ich meine, die sind schon bei Microsoft angeschlossen, aber es wird wirklich einen riesen Impact haben, denn wo Microsoft erfolgreich geworden ist, Google, Facebook oder meinetwegen auch SAP hier in Deutschland, der größte IT-Konzern, hatte alles eine Gemeinsamkeit, die ich jetzt eben hier bei diesem Update auch sehe. Das ist unglaublich. Und jetzt was? Wir können noch ein paar Transkripten von Previews Lectures von Sam Altman und dann die Bot ist bereit für die Fragen. Remember, das hat die Knowledge von GPT-4, das ist ein unglaublicher Body von Knowledge, plus es ist gut mit den Lectures. Und jetzt sehen wir. Oh, ja, die Answers certainly sound like Sam Altman. Now, press Publish, and there we go. Perhaps a two-minute papers bot would also be fun to interact with. And later this year, an entire GPT store will also be published. This might be the App Store of AI Apps. Incredible. Perhaps a historic moment in AI research. I am so happy to be able to share this moment with you fellow scholars. And if I understood correctly, you will be able to earn money with it. So you can create your own little doggy hotline and perhaps even make a living out of it. And all this is open for all of us. At the end of the keynote, there was a request through Voice to give a $500 credit for all of the attendees of the conference. And then, this happened. So, where is all this GPT-thing going? Well, consider this. ChatGPT has a hundred million weekly active users. 92% of Fortune 500 companies already use it. It is now part of our lives. It is everywhere. From paper to this. In just a couple years. Insanity. Wie er sagt, Insanity. Leute konnten früher nicht einfach eigenen Videokanal starten, sondern das ganze Fernsehgeschäft war sehr zentralisiert. Es gab RTL, das erste und so weiter und so fort und deswegen auch eine sehr überschaubare Auswahl an Produkten, die man sich anschauen konnte oder an Programm. Dadurch, dass YouTube das Ganze dezentralisiert hat, beziehungsweise allen möglichen Leuten die Möglichkeit gegeben hat, ihre eigenen Shows zu kreieren und am Revenue, also am Umsatz beteiligt zu werden durch AdSense, wurde quasi die Filmproduktion stark dezentralisiert und dadurch ist eine ganze Branche mit YouTube zum Beispiel entstanden an neuen Creatoren und Kreativen und dadurch wurde auch die Medienvielfalt auf dieser Welt massiv erhöht. Und genau das tut ChatGPT hier gerade mit ihrem ChatGPT-Store. Sie ermöglichen es dir zum Beispiel, wenn du sagst, du hast Interesse daran, eigenes Unternehmen zu gründen, selbstständig zu sein, was auch immer. Sie ermöglichen es dir, ein eigenes Programm hier zu entwickeln oder einen eigenen GPT zu entwickeln oder auch mehrere und da anhand dessen zu profitieren. Das heißt, ich weiß nicht, wie groß das Team von OpenAI war, sagen wir jetzt einfach mal ein paar hundert oder ein, zwei tausend Leute. Die Leute haben vorher für ChatGPT gearbeitet oder für OpenAI und durch diese Eröffnung des App-Stores werden wahrscheinlich hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Leuten Content kreieren und GPTs veröffentlichen und dadurch wird auch nochmal die Qualität massiv gesteigert, weil plötzlich nicht nur tausend, zweitausend Leute an diesem Produkt weiterentwickeln und arbeiten, sondern auf einmal hunderttausend oder sogar Millionen von Leuten. Ihr müsst euch das vorstellen wie damals das erste Handy, wo es nur Snake drauf gab und dann hat jeder Snake gespielt, war ganz witzig, aber im Endeffekt war das kein krasses Spiel und dadurch, dass Apple zum Beispiel den App-Store introduced hat und allen möglichen Entwicklern auf der Welt die Möglichkeit gegeben hat, du kannst eine App in den App-Store stellen und auch Geld damit verdienen und auf Basis dessen, dass Millionen oder Hunderte, mittlerweile wahrscheinlich sogar Milliarden von Menschen das iPhone nutzen, ein eigenes Geschäft aufbauen und deswegen gibt es jetzt auf einmal nicht nur noch Snake als Spiel auf dem Handy, sondern Millionen von Spielen, die qualitativ richtig hochwertig sind, sehr vielfältig und so weiter und so fort und genau das wird hier im AI Space passieren und passiert gerade und genau das ist das, was viele Unternehmen auch so erfolgreich gemacht hat, SAP und so weiter und so fort. In dem Moment, wo solche Plattformen oder solche Unternehmen zu einem Ökosystem wurde, auf Basis dessen Leute Geld verdienen konnten, ist das Ganze immer explodiert. Ich glaube, man kann sich jetzt noch gar nicht ausmalen, wie viel das für den Bereich der intelligenten Sprachmodelle ausmachen wird und was das auch für Business-Chancen ergeben wird. Natürlich bringt das auch alles Risiken mit sich, es wird wahrscheinlich zu Beginn ein riesiges Highbecken werden, vor allem wenn es um die offensichtlichen und großen Bereiche in der Wirtschaft geht, wie Finanzwesen und so weiter, wo sich wahrscheinlich Hunderttausende draufstürzen werden, aber wenn man dann eine gute Nische für sich findet und coole Anwendungsbereiche, kann man hier riesigen Mehrwert schaffen und wirklich nicht nur das Ganze als ein Hobby-Projekt betrachten, sondern das Ganze wirklich auch als seine Karriere vollziehen und wirklich eine Karriere daraus machen, Sprachmodelle fein zu tunen für gewisse Anwendungsbereiche, wo man selbst vielleicht Expertise hat. There are also lots of recent startups that are thin wrappers, thin layers over GPT. For instance, a single programmer could build this doggy hotline with a few software tools. And now, the pace of innovation is so quick that essentially you can create these wrappers through OpenAI. Just think about it. Now, one more thing to consider. A paper called InstructGPT appeared in 2022 January. This was perhaps a predecessor of ChatGPT and of course there is a two-minute paper video on that. It could do some things, but nothing too crazy with today's eyes. And wow, we are approximately one and a half years later and look at all these improvements. GPT learned to see, listen, hear and speak. GPT... Also das, was er hier auch anspricht, das ist wirklich krass, wie schnell sich dieses Unternehmen auch weiterentwickelt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal zurückdenken ans Jahr 2007, da wurde das erste iPhone gelauncht. Wenn wir jetzt mal das neueste iPhone 15, ich weiß, auch wenn es gehatet wird, aber wenn man wirklich mal die Technik, die sich mittlerweile in diesem Handy befindet, vergleicht mit 2007, sind da Welten zwischen. Und der Launch von ChatGPT war quasi der Launch wie von einer neuen Art von iPhone. Und das krasse ist, und das ist das, was ihr hier auch gerade versucht zu sagen. Wir sind gerade mal anderthalb Jahre deep, also anderthalb Jahre nach Launch der ersten ChatGPT-Version der öffentlichen. Und es hat sich richtig, richtig viel verändert. Wir haben hier jetzt gerade quasi den Sprung gemacht vom iPhone 1 zum iPhone 5 direkt, anstatt zum iPhone 2, in der gleichen Zeit, wo eben Apple vom iPhone 1 zum iPhone 2 gekommen ist. Und das ist natürlich sehr interessant, was das auch für die Zukunft dieser Branche und vor allem auch dieses Unternehmens bedeuten wird. Ich habe zu ehrlich, mit Ihnen, Fellow Scholars, das nicht so eineinhalb Jahre zu mir fühlt. Das fühlt sich ein Jahrhundert zu mir. Das war ein Paper nicht so lange lange, und jetzt, eineinhalb Jahre später, es ist absoluten überall. People sind bereits an AI Kommentator für League of Legends Matches, an online Battle Arena Game, oder you can even chuck a paper in there and talk to it. Wow! So here, make sure to invoke the first law of papers. The first law of papers says that research is a process. Do not look at where we are, look at where we will be. Two more papers down the line. Hier zum Beispiel auch wieder ein cooles Schaubild. Er hat ja gerade gesagt, man muss sich einfach mal vorstellen, was in dieser kurzen Zeit passiert ist und was das auch für die Zukunft bedeutet. Hier zum Beispiel das World Limit von ChatGPT war damals bei um die 3.000, GPT4 jetzt bei 25.000. Und ChatGPT Turbo, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt bei ungefähr 125.000. Also nochmal fünfmal so viel wie davor. Und wenn ihr diesen Graphen weiterzeichnet, könnt ihr euch ja vorstellen, wie sich alles weiterentwickeln wird. Deswegen schauen wir nochmal kurz das Video zu Ende und können wir dann vielleicht in eine kleine Diskussion reingehen. Checkt den Kanal Two Minute Papers ab. Richtig geiles Video. An dieser Stelle möchte ich jetzt wie gesagt eine kleine Diskussion einleiten, weil ich hatte ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was dieser App Store überhaupt bedeutet für diese Branche. Du hast bestimmt jetzt auch schon ein paar Ideen während des Videos gehabt, was man jetzt alles machen kann durch diese Neuerung von ChatGPT. Und da finde ich es mal super interessant, in den Kommentaren von dir zu wissen, was du dir für Anwendungsfälle vorstellen kannst und was du von diesen Neuerungen hältst, die ChatGPT oder OpenAI in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat und jetzt vorgestellt hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.